Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück zu Let's Play Rimbald. Wir sehen, wir starren direkt mit einem Problem, denn die gute Kurisa ist bewusstlos. Na, das fängt ja schon mal super an. Und alle sind hier scheinbar... Moment. Alle meinen jetzt gerade, wäre ein super Zeitpunkt zu pennen, aber letzten Endes, ja, durch das Feuer sind halt alle angeschlagen. Oh Gott, wer kann denn pflegen? Moment, Bettruhe. Da, Pflege. Du machst mal mit, Pflege. Der Erste der Wachen, bitte einmal Kurisa aufsammeln. Nicht, dass die uns jetzt wegstirbt. Können wir das irgendwie priorisieren? Hier, Decker, du bist doch... So, rette sie einmal bitte. Ah, jetzt hat sie sich schon selber gerettet. Schön! Ja, gut, dann ess erstmal was. Hauptsache, du kommst irgendwie wieder klar. Und erholt euch erstmal alle ein bisschen. Krankheit, Wundinfektion. Kurisa ist an Wundinfektion erkrankt. Die Infektion ist in ihrem Kopf. Stelle sicher, dass du ein Krankenbett und einen Arzt hast. Sorge dafür, dass Kurisa eine vernünftige Behandlung bekommt und so viel Zeit wie möglich im Bett verbringt, um sich schnell zu erholen. Haben wir nicht hier oben, äh, Decker belegt, das Krankenbett? Ich glaube dir wohl. Wollen wir noch mal ein Krankenbett aufstellen, neues? Bett. Wir brauchen nämlich dringend ein zweites Krankenbett, mindestens. Eigentlich noch ein drittes am besten. So, er pflegt sie erstmal, das ist schon mal gut. Störung, Batterie. Eine Maschine hat eine Störung. Sie können nicht mehr verwendet werden, bis ein Kolonist, der als Bauarbeiter eingeteilt ist, vorbeikommt und sie repariert. Okay, die ist leider kaputt. Wie viel Mamm verwendet? Oh Gott, das ist auch nicht mehr so wirklich viel. Was? Ach, Aaron hat jetzt auch nur eine Wundinfektion. Ganz großes Tennis. Wenig Nahrung haben wir auch noch, Medizin auch. Toll. Oh Mann, nur noch neun Mahlzeiten. Das wird ein bisschen eng. Warte mal, so das... Wird als Krankenbett deklariert. Ein Decker Schiffgröckchiger hat sich vollständig erholt. Gott sei Dank. Nachdem wir einiges abgefackelt haben, unsere halbe Ernte nämlich, so gefühlt, sind jetzt wieder einige Kartoffeln da. Das finde ich sehr gut. Dann kann ein Decker nämlich endlich wieder weiter Mahlzeiten kochen. Wird auch hier keiner vom Fleisch fällt. So, das geben wir mal eben frei. Rettungskapsel. Du hast den Abschluss einer Rettungskapsel registriert, ja dann. Moment, da schicken wir doch mal eben Decker hin. Retten wir sie mal eben. Dann was haben wir hier drin? Jede Menge Schiefer und Granitbrocken. Dann würde ich sagen, mache ich doch mal hier als Aufgabe äh, Schieferblöcke. Für immer. Dass wir da einfach mal ein bisschen Material kriegen. Dann Coriza, du rüste mal den Langbogen aus. Damit wir auch mal ein bisschen mehr was für einen Fernkampf haben. So, Mampftechnisch haben wir jetzt wieder ein bisschen was auf Vorrat. Das ist gut. Warum kochst du nicht? Okay, jetzt machst du erstmal Bubu. Das ist okay. Soll ja auch so sein. Ich wollte gerade sagen, du hast doch hier dein Bett. Aber sie ist ja noch nicht ganz erholt, weil sie hat ja noch hier... Sieht man das doch irgendwo? Beatrice Carrea kann wieder laufen. Und jetzt haben wir sie als neue Mitbewohnerin. Wey! So, dann bräuchten wir eigentlich noch eine Butze für sie. Aber erstmal erholt sie sich hier ein bisschen. Was ja auch wiederum vollkommen richtig ist. Schwere Krankheit. Was? Kurz bevor in ihrer schweren Krankheit zu sterben. Ah! Moment. Da müssen wir jetzt mal, äh, selbstständig tätig werden. Schlaf bis vollständig geheilt machen wir jetzt erstmal. Und du pflegst dann mal. So, einmal priorisiere, dass du sie bei euch handelst. Wir haben aber sehr wenig Medizin-Zeugs. Nämlich gar keins mehr. Toll! Da schauen wir doch mal, haben wir irgendwo... Ach, warum wird die Kräutermedizin denn nicht eingesammelt? Verdammt, ich noch einmal. Und hier, warum wird das nicht eingesammelt? Was stimmt denn nicht mit euch? Haben wir etwa keinen Platz mehr? Ich meine, hier ist doch noch genug da. Wer ist jetzt bewusstlos? Ach, Aaron, toll. Und der mümelt jetzt seine Mahlzeit weg. Ist klar. Ach, Aaron ist jetzt auch noch krank. Toll. Gucken wir mal, ob wir irgendwo noch ein paar Heilkräuter finden. Ich drehe mal nur das Tempo dafür ein bisschen runter. So, da ist ein bisschen was. So, da wird auch noch mal geerntet. Ach, guck an, hier ist noch jede Menge Stahl, den ich übersehen habe. Toll! Mensch, einmal mit Profis. Haben wir noch mehr Heilkräuter? Da ist eins. Da ist noch was. Da ist noch was. Und das war's. Toll. Aaron ist an Wundinfektion gestorben. Shitte. Ja. Hm. So, dann würde ich sagen, begrab du sie erstmal. Nicht, dass der Thunder das machen muss. Aber der wird jetzt auch ziemlich down sein. Meine verlobte Aaron starb. Jupp. Tja, ihr Lieben. Jetzt haben wir unseren ersten... Kolonisten hier verloren. Das ist Mist. Tja. Warte, willst du machen, ne? Ich hab keine Bauteile? Da liegt doch ein Bauteil. Oh, ey. Ich check das immer noch nicht so ganz mit dem Lager. Ich mein, hier darf ja theoretisch alles rein. Oh, unsere Katze. Oh, sie ist so süß. Aber so dumm. Leider. Gut. Äh. Moment. Da kannst du nichts priorisieren. Gut, dann. Mach erstmal weiter essen für alle. Wo ist Thunder? Der ist da hinten. Ach, der holt Stahl ran. Schön. So, damit haben wir die Aufgabe beendet, einen langen Bogen herzustellen. Wunderbar. Gut, dann kann das erstmal weg. So, erstmal hier futtern. Oh, guck an. Wir haben endlich mal hier was weitergebaut. Schön. Und es braucht Strom. Sekunde. Strom. Leitung. Hä, da ist doch Strom dran. Warum reicht das denn nicht? Ach so, weil die Batterien gerade alle leer sind. Okay, so weit ist so. Gut. Moment, wer war jetzt eigentlich unsere Forscherin? Sagt sich, unsere Forscherin ist... Ah, doch, unsere Forscherin ist verreckt. Schön. Dann gilt es an uns, einen neuen Vorschuss auszuerkoren. Ähm. Moment, wo sehe ich es denn? Da. Charakter. Decker. Ja, der Decker möchte ich ungern nehmen. Der macht schon an sich so viel. Die hat nur zwei bei geistiger Arbeit. Null. Vier. Ja gut, er hat da ein bisschen mehr, äh, Erfahrungszuwachs. Aber ich würde sagen, sie macht. Sie ist auch schon weiter voraus. Also. Table. Du darfst jetzt offiziell forschen. Ich glaube, ich müsste auch noch bald ein paar weitere Solarpaneele bauen. Da wir ja... Jetzt immer noch nicht die Krankenbetten fertig hervorscht haben. Und da wir immer noch nicht die geothermale Energie haben, vor allem. Kartoffeln sind erfroren und Tagliatelle sind erfroren. Was? Ach, hier oder... Oh, nein. Warum erfriert uns hier alles? Weil uns der Strom ausgegangen ist. Mist. So, wie viel Grad haben wir es hier? 21. Ja, toll. Jetzt aber erst. Okay, wir brauchen dringend mehr Energie. Und das mit den Kartoffeln, das ist jetzt echt Käse. Okay. Ja, gut. Table Schneider, das Ding erstmal fertig. Ich gucke mal, ob wir uns schon leisten können mit Strom. Benötigt eine große freie Fläche vor und hinter ihm, um eine optimale Windströmung zu werden. Okay, dann müssten wir, glaube ich, wirklich mal alles abholzen. Und ich werde das jetzt einfach mal versuchen. Es fehlt uns dafür natürlich wieder Stahl. So, Befehle abbauen. Gut, machen wir es halt händisch. So. Leute, jetzt bringt gefälligst schnell die Ante rein. Ja, genau. Schlachter das viermal. Oh, nein, Leute, ey. Könnt ihr mal? So, warte mal. So, priorisiere Kartoffeln tragen. Das warst du jetzt mal bitte mit allen. Die bringst du bitte auch rein. So, und du bringst du bitte die rein. So, Beatrice hat sich vollständig erholt. Das ist schon mal gut. Dann zieh dir doch mal bitte das an. Also, beide Sachen einmal, dass du vernünftige Klamotten hast. So, und dann mach mal hier den Dreck sauber. Ist nicht böse gemeint, aber... Uh, wer bricht zusammen? Choriza, na toll. Verdammt, ich muss echt gucken, dass ich mein Stromproblem mal... Noch eine Vorratskapsel. Oder erst mal überhaupt eine Vorratskapsel. Hey, ja dann. Ja, gut. Immerhin 34 Uran. Ist ja schon mal nicht so ganz verkehrt, ne? Hm. Ich muss gerade echt überlegen. Oh, jetzt friert mir wieder alles weg, ey. Verdammt, ich noch eins. Wie viel Grad haben wir es jetzt hier? Haben wir eigentlich so eine Gradanzeige? Weil ich sehe jetzt hier nur... Okay, das automatische Geschütze läuft. Ich würde dann sagen, das stelle ich jetzt einfach mal pauschal dauerhaft aus. Dass ich mal so mit dem Reststrom hinterherkomme. Und da das hier ja nur Krankenbetten sind, schalte ich jetzt hier auch mal den Strom aus. Tja. Hypothermie, was? Oh nein. Was auch immer das heißt. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Heilzeugs. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Und der nächste Überfall. Toll. Dann würde ich sagen... Machen wir mal hier die Lämpchen aus. Und die Heizung. Wir brauchen nämlich den Strom. Boah, ich habe echt gerade ein verdammtes Stromproblem. So, dann einmal alle in den Kampfmodus. Alle einmal bitte hier hin. Oh, warum dauert das jetzt so lange? Gut, dann hau ihn mal einer aufs Maul. Beatrice, du hast gar keine Waffe, leider. So, dann greift man bitte ihn hier an. Oder haut er gerade ab? Ach, der ist abgehauen. Gut, alles klar. Moment. Ach, der ist tot. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen... Ziehen wir ihn erstmal aus. Und dann wird er schön verbuddelt, ne? Also, jetzt sollte ich aber doch mal hier wieder den Strom einschalten. Oh, ich habe keinen mehr. Schön. Alter, ich habe gerade echt so ein verdammtes Stromproblem. Okay, du bleibst. Definitiv aus. Was machst du denn? Wo zum Teufel rennst du hin? Geht doch. Du bist fast am Zusammenbrechen, um einst jetzt hier die Weltreise antreten zu müssen, die du so lange vorhast, oder was? Ja, das war es doch schon mit meiner Nahrung. Und irgendwie hat sich keiner genötigt, hier mal Holz nachzulegen. So, ich schalte jetzt erstmal hier überall Strom ein. Äh, so. Fülle auf. Das machen wir bitte als erstes. Ach, Gott sei Dank. Ich fühle mich entsetzlich. Okay, okay, okay. Ja, da müssen wir bei Gelegenheit was tun. Aber wir müssen jetzt erstmal unser Stromproblem hinkriegen. Deswegen das Licht lasse ich jetzt erstmal aus überall. Also hier jetzt natürlich nicht, ne? Aber hier kann ich das zum Beispiel auch ausmachen. Ach, Gott. So, Decker, wann gedenkst du mal wieder aufzustehen? Ach, Gott sei Dank. Er holt endlich mal Nahrung, die er verarbeitet. Sehr schön, jetzt macht er auch mal ein bisschen mehr. Wunderbar. Moment, hier habe ich doch gerade. Genau da, da ist noch was. Ein Heilkraut da auch. Aber die Befehle habe ich ja schon längst alle gegeben. Ich komme nur gerade scheinbar mit dem Befehl nicht hinterher. Moment, ich muss ja gucken, da gibt es eh eine Arbeit, die nicht gemacht wird. Sie ist die Einzige, die forscht. Okay. Handwerk kannst du doch zum Beispiel gut machen. Dann lassen wir das bei Table mal weg. Ist das nicht Handwerk, was die da macht? Oder ist das Bergbau? Rutschtstoffe zum Bus bringen. Okay. Okay, Hauptsache ein paar Mahlzeiten kommen jetzt mal nach. So, was haben wir denn noch? Ein befeuerter Generator. Ich würde fast sagen, dass wir den übergangsweise erstmal bauen, dass wir irgendwie mal hinterherkommen mit unserer Stromversorgung, weil das geht ja so gar nicht. Wir müssen ja irgendwie unsere Batterien wieder ein bisschen vollkriegen. Und dafür brauchen wir mal wieder Stahl. Und wie kriegen wir die Stahlschlackebrocken verarbeitet? Verdammt. In der Schmiede? Nee, ne? Nee, da kommen wir nur direkt die Waffen. So, und hier. Geht Stahl leider auch nicht. Oh, da muss ich mich nicht nochmal schlau machen. Sonst müssen wir mal hoffen, dass bald wer vorbeikommt zum Handeln. Beziehungsweise wir müssten uns mal woanders hinbegeben zum Handeln. Moment, war hier unten nicht noch irgendwo? Bauteile. Leider kein Stahl. Was ist hier? Sandstein, Kalkstein. Oh, das ist so nervig, ey. Okay, ich glaube, vor der nächsten Folge sollte ich mir erstmal anlesen, wie man denn Stahl selber produziert, weil das ist gerade echt mein größtes Problem, was ich habe. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Stahl. So, Moment. Oh, verrücktes Tier. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Ach, jetzt hat es sich direkt erwischt, oder was? So, sehr schön. Thema durch. So, jetzt gucken wir nochmal schnell, wer hat Bergbau? Bergbau, Bergbau, da. Okay, dann würde ich sagen, Choriza, du hast echt... Ach, ihr seid hier schon beim Bergbau, schön. Ist zwar nicht der, den ich eigentlich haben will, aber nehmen wir natürlich auch gerne mit. Was? Händler exotischer Waren. So, dann schauen wir doch mal, wer bei Sozial die meisten Punkte hat. Da habe ich nämlich den Tipp bekommen, dass man damit bessere Preise erzielt. Zwei, eins... Moment, was hier? Choriza? Hattest du nicht gerade... Oh, sieben, sehr schön. Dann handele doch mal schnell mit dem, bitte. Dann gucken wir mal, dass wir uns nochmal ein bisschen Stahl einfach kaufen. Sofern wir es haben. So. Dann schauen wir doch mal. Hm, der Zeug, was ich habe, wollen die nicht haben? Ein bisschen... Okay, Mahlzeit, da geben die vielfass. Ja, will ich mal... Also, ne, die Katze verkaufe ich nicht. Beim Alpaka? Könnte ich mich zu breit schlagen lassen? Aber die haben scheinbar überhaupt keinen Stahl. Die haben nur exotische Waren. Toll, die will ich doch gar nicht. Ach, wie gewonnen sozusagen. Na gut, ihr Lieben, ich würde sagen... Ich mache jetzt an der Stelle mal... einen Cut. Was, wo? Deine weiblichen Kolonisten lächeln zufrieden. Eine weit entfernte Maschine des Glücks... Maschine des Glücksröhrs. Sie sind ein starkes psychisches Summen über die gesamte Region auf einer Frequenz, die scheinbar nur das weibliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verbessern. Schön. Gute Laune ist immer gut, ihr Lieben. Aber deswegen werde ich trotzdem meinen Cut machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es euch gefallen, auch wenn wir jetzt leider einen Kolonisten verloren haben. Aber wir schauen mal, wie wir das beim nächsten Mal kompensiert kriegen. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski! Tschüssi! Vielen Dank.